Jetzt ich freue mich auf Götter Riebe aus Kierkheim, auf Lutz Klapp aus Schwalmstadt, Achim Köpfer aus Schwäbisch Hall ist zu uns gekommen, ebenso wie Carsten Mayer-Dirk aus Köppelshagen. Herzlich willkommen, Daniel Kolesleg aus Karlskron bei Ingolstadt, Armin Barth aus Watt, außen ist ebenso hier wie Ralf Mack aus Angelbacktal, Holger Schmidtke kommt aus Lübeck zu uns, Armin Krüger aus Watt, das war ein Fehler von mir zuerst, Markus van Houten-Spolberg, Franz Schumacher aus Dietzingen, Watscherslaw Daibald aus Köppingen, Manfred Voss aus Scharbeutz, da kommen die Herren, und Simon Roppel aus Schubfahrt in der Schweiz, ebenso hier wie Sepp Köppel aus Gams in der Schweiz, Daniel Brändli aus Urtenen, und herzlich willkommen, Christian Koradi aus Andlfingen in der Schweiz, guten Abend. Zwei Malz, der Rützi, der Kölner Nationale, Sepp Köppel, und auch die Herren, der Schneeber da. So, den Gunter Riele, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen als Ersten vorstellen, der kommt aus Kirchheim, Tett, ist Diplom-Ingener für Lebensmittel-Technologie, die emotionalen Momente in der Tierfotografie, die haben es ihm angetan, bloß dass er nicht auf Eichhörnchen oder Spatzen im nächsten Park nebenan, sondern sich auf zum Beispiel Pinguine im ewigen Eis der Antarktis spezialisiert, nicht gerade nebenan. Gunter, wie extrem sind denn die Bedingungen, unter denen du in der Antarktis arbeitest, wie überlebt man das als Fotograf und wie überlebt das das Equipment des Fotografen, und was macht für dich die Faszination Tierwelt aus? Im Hintergrund zeigen wir Bilder von dir und anderen Top-Tierfotografen. Fotografie in der Antarktis oder Antarktis ist natürlich extrem, sowohl von Wetterbedingungen als auch von Arbeitsbedingungen, aber ich mache das jetzt schon seit sieben, acht Jahren, ein, zwei, drei Mal pro Jahr und bin daran natürlich jetzt gewohnt. Temperaturen von minus 25 Grad, minus 35 Grad jucken mich nicht mehr. Letztes Jahr zum Beispiel war ich im November auf dem Eis, in der Antarktis, gefrorenes Eis auf dem Einbahnzelt bei 130 Kilometer pro Stunde Schneesturm. Da habe ich also Angst gehabt, dass das Zelt wegfliegt und neben mir war die Wasserflaschen gefroren, die Rasierschaum, der Rasierschaum war gefroren, die Feuchttücher waren gefroren, aber ich lag also ziemlich gemütlich und schnuckelig warm in meinem doppeldissolierten Schlafsack. Das klingt doch gut auch bis jetzt. Hinterher, jetzt kann man gute Stolz darüber erzählen, aber wenn man dort ist, findet man es nicht so witzig. Aber die wirklich unerfreulichen Geschichten bei solchen Sachen, die also extrem Atarienausstoß bewirken, sind nicht die Wetterbedingungen, sondern zum Beispiel, ich war mal mitten über dem Pazifik in 7000 Meter Höhe, saß ich in einem brennenden Flugzeug, das war nicht so toll, oder in der Arktis hat mich mal eine 200 Kilogramm schwere, aggressive Sattelrockenmama angegriffen, hat mich am Arm erwischt, aber zum Glück nur vom Survival-Suit hier außen und nicht den Arm selber. Und in der Subantarktik wollte ich mal auf eine Insel, eine spezielle Insel, das ist die einzige Insel, wo Chatham-Albertrosse wohnen und brüten. Und das ist eigentlich keine Insel, sondern Felsen. Und die Jungs dort haben immer gesagt, runter, das ist kein Problem, wir bringen dich dorthin, wenn ruhiger Seegang ist. So, ruhiger Seegang für die Jungs in Neuseeland ist drei Meter Wellen, ja, so. Und dann sind wir da hingedüst und der Felsen ist nass, glitschig, zahnüberwachsen und dahinter saßen fünf oder sechs ziemlich fette Seelöwen mit fletschenden Zähnen. Und das Boot ist also rauf und runter, rauf und runter. Und in der Millisekunde, wo die auf gleicher Höhe war, hat der Kapitän gesagt, wir müssen springen. Und außerdem hat es noch Heiden rum gehabt, ja, das ist kein Witz. Und deshalb, im Vergleich mit solchen Geschichten ist natürlich die Wetterbedingung in der Arktis, das sind Peanuts. Das ist Glück nach einem bewegten Leben, das der Winterreile hat. Herzlichen Dank für die Ausführungen, Dankeschön. Daniel, frohe Zeit. Man schaut bei ihm auch so spannend, er ist erst 30 Jahre alt, kommt das Gras, kommt bei Ingolstadt. Er ist vom Brotberuf Kreditberater, beziehungsweise Wohnbaufinanzierungsberater und in dem Beruf Hochzeitsfotograf. Also wenn jemand von Ihnen, meine Damen und Herren, jetzt vorhat, in absehbarer Zeit in den Stand der Ehe einzutreten, dann wird er sehr wahrscheinlich heute gerne Aufträge entgegen. Und wenn Sie dazu einen Kredit benötigen, dann könnt ihr dann ebenfalls weiter auf eine Win-Win-Situation, so sagen wir so her. Im Wettbeer beeindrucken Sie uns seit Jahren mit Ihren freien Arbeiten, doch zurück jetzt zum Hochzeitsfotografen. Da heißt es auf Ihrer Homepage, Sie machen es anders als der Rest der Konkurrenz. Wie kann man dieses Thema, das ja viele von uns einmal im, dreimal im Leben oder öfter im Leben betrifft, so umsetzen, dass die Bilder vom angeblich schönsten Tag des Lebens in Erinnerung, die Erinnerung an diesen sogar noch übertreffen. Wie macht das der Koli Snack? Gut, also ich denke, es hat zum einen einmal mit der Sympathie zwischen den Menschen zu tun, dass man oft im Vornherein schon mal, ja, nicht bloß Fotograf ist, sondern man plant schon mal mit die Brautpaare oft einmal mit. Ist auf der Hochzeit dann zum Teil, bei uns in Bayern war es das Hochzeitslader, ich weiß nicht, wie das bei Erna in Linz heißt. Du bist immer Anlaufpunkt Nummer 1. Ich vergleiche zum Teil auch ein bisschen was schon mit der Tierfotografie. Du wart zum Teil auf deine Motive, dass sie, du erkennst da irgendwas und wart, dass sie das Motive ergibt. Und zum Teil machst du dann auch gerade im Korträtbereich etwas Ausgefalleneres sagen. Da geht es ganz schön tierisch zu bei den Hochzeiten in Bayern. Zum Teil, ja. Du gehst dann einfach rum und nimmst die Aufträge gegen Daniel Kolleseg, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Armin Barth. Unglaublich erfolgreicher Mann. Dreimal mitgemacht, dreimal Preisträger bei uns. Fabelhaft, 24 Jahre alt, Mediendesign-Alebtik Reichgau, Neuheidelberg am Land und hat auch, sagt, einen engen Bezug zur Natur. Aber Fotografie ist für mich ein Mittel, um all die wunderbaren Dinge an mich herum festzuhalten, sie intensiver zu erleben, tiefer in diese Dinge einzutauchen. Herr Barth, Ihre Fotos haben stets etwas, ich möchte sagen, Zerballeresches an sich. Als Betrachter fühlt man sich so, wie Sie sich vielleicht auch bei der Ausnahme selbst gefühlt haben. Faszination, Natur und Stimmung. Wie sehr darf die Fotografie dem Aquarell nahe sein? Hat Fotografie Ihrer Meinung nach die Aufgabe, die Realität abzubilden? Oder bilden Sie der Fotografie die Freiheit, um nicht das objektiv Sichtbare, sondern das subjektiv Erlebbare zeigen zu dürfen? Wie Sie schon gesagt haben, also für mich ist es wichtig, so ein bisschen die Betrachter so ein bisschen mit ins Bild mit reinzuholen. Also Gefühle spielen eine Großohle, mit welchen Mitteln das dann geschieht. Und wenn das dann so ein bisschen mit ins Aquarell, in die Malerei ein bisschen reintrifftet, dann nehme ich das so ein bisschen als Kompliment, als Stilmittel. Und das ist so, was ich versuche, also die Menschen mit reinzunehmen in die Faszination für die Leidenschaft, meine Gefühle, meine Faszination mit in die Bilder mit reinzunehmen. Und das hoffentlich mit zum Betrachter zu transportieren. Dieses Fotografie, das übertragen von Emotionen, das ist einsteckend machen, ne? In vielen Bereichen, ja. Also es gibt Bereiche, wo man das außen vorlaufen sollte, aber ich denke, in unserem Bereich ist das quasi so eins der Mittel, die sich auch versuchen mit zu kontrollieren, auf jeden Fall. Fabelhaft gemacht, Kompliment zu den tollen Bildern. Herzlichen Dank, Armin Park, Dankeschön. Karl Mack. Karl Mack, 54 Jahre, zum zweiten Mal bei der Grabe, vor einigen Jahren war es schon einmal der Fall, Inhaber einer Werbeagentur und noch nebenbei Fotograf mit Studio, ist ein Verfechter der genmanipulierten Bilddarstellung. Mein Damen und Herren, das finale Ergebnis hat für ihn nur noch marginal mit dem zu tun, was sich der einst vor der Kamera befand. Fotografie, sagen Sie, ist nur der Anfang meiner Bilder. Was dann? Für Sie und für viele andere geht es ja danach mit Nachbearbeitung und Retusche erst so richtig los, was allerdings bei so manchen Fotofans auch Unmut auslöst und die ewige Diskussion zwischen den Anhängern der natürlichen und der rohen und der unbearbeiteten Fotografie und jenen, die in einer maximalen Freiheit das Wortreden befeuert. Was sagen Sie denen drauf? Ja, also bei mir ging es los. Also schon vor der Fotografie, ich habe Bilder schon bearbeitet, bevor ich fotografieren konnte, hat dann auch an mich eine ziemlich hohe Anforderung gestellt und das versucht anzulernen, hat dann im Laufe der Jahre geklappt. Und ich verstehe eigentlich gar nicht, warum man darüber diskutiert. Es gibt Leute, die sitzen vier Stunden irgendwo im Panzer und fotografieren in der Ente, ich sitze dann vier Stunden später am Bildschirm und bearbeite meine Bilder. Ich glaube, es ist genügend Platz für alle da. Ja, gutes Statement. Sollte man ein Album nochmal ins Stammbuch schreiben. Herzlichen Dank. Half Mark, Dankeschön. Manfred Voss. Manfred Voss ist Jahrgang 61, lebt in der Lübecker Bucht direkt an der Ostsee. Er kennt sich nicht wahrlich aus, beruflich. Er hat über 150 Shows für das ZDF, unter anderem mit einem Herrn, eine ähnliche Fussur, wie ich seinerzeit hatte, in Szene gesetzt vom Licht her. Herr Voss, Leo Toys Toys sagte einmal, die ganze Vielfalt, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Licht und Schatten. Das könnte auch von Ihnen stammen. Wie wichtig ist das vorhandene Licht in Ihrer Fotografie? Welche Emotionen evoziert Licht für den Betrachter der Bilder? Stimmt es für Sie, dass Fotografieren auf Top-Niveau letztendlich die Suche nach dem Schockgefrieren des perfekten, aber auch leider höchst vergänglichen Augenblicks ist, bei dem das Licht optimal ist? Wie sehen Sie das? Ja, also Schockgefrieren ist schon mal ein schöner Begriff. Also das trifft es schon ziemlich genau. Wobei natürlich das Licht, letztendlich ist wirklich der große, ist der Transportweg, sag ich mal, um Emotionen zu übermitteln. Man könnte das hier sehr schön sehen, Musik macht das auch. Sie haben ja diese Menschenbilder gezeigt und haben das mit drei verschiedenen Musiken unterlegt. Und man konnte sehr schön sehen, wie diese Emotionen dann im Prinzip in einem selber auch verstärkt wurden, durch die Bilder. Genau das macht Licht eben auch. Das Licht macht das sogar so stark, das ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Also wie stark das das Unterbewusstsein beeinflusst. Ich kann da mal ein Beispiel bringen. Sie kennen uns wahrscheinlich auch, Sie kommen abends nach Hause, Sie sind gestresst vom Beruf, Sie kommen nach Hause, Sie setzen sich aufs Sofa, Sie machen den Fernseher und Sie möchten gerne einen Spielfilm gucken. Dann zacken Sie so durch die Programme und Sie landen mit 99%iger Wahrscheinlichkeit tatsächlich bei einem Spielfilm und nicht bei einer Serie. Warum ist das jetzt so? Weil Sie können ja innerhalb dieser einen Sekunde oder dieser halben Sekunde, können Sie ja gar nicht beurteilen, ja was sagt denn der Film? Was ist denn überhaupt die Botschaft? Ich kann die Schauspieler auch gar nicht sehen. Trotzdem landen Sie garantiert bei einem Spielfilm. Und das ist das Licht, das ist ja mein Beruf als Lichtdesigner. Ich bin im Prinzip jemand, der das Licht als Transportmedium für die Botschaft nimmt. Und so, wenn man das jetzt auf die Fotografie überträgt, ist es genau richtig, wie Sie sagen. Man muss versuchen natürlich, man will hier andere Menschen erreichen, sage ich mal. Nur dann macht es ja auch im Prinzip Freude, die eigene Botschaft im Bild an einem Menschen nahezubringen. Das macht das Licht in diesem Moment und deshalb versuche ich natürlich diese Mechanismen, weil ich sie kenne, im Prinzip zu nutzen, um dann diesem Licht sozusagen den richtigen, also das Bild zu schott zu geführen, wie Sie so schön gesagt haben. Das ist es im Prinzip. Es gibt natürlich auch eine andere Möglichkeit, man könnte auch die Programmzeitschrift vorher lesen, dann landet man nicht unbedingt beim Spielfilm, ne? Ja, das stimmt, natürlich, na klar. Aber das ist sehr langweilig, also es macht ja auch mehr Spaß, noch mal kurz durch die Zettel. Jetzt lebe ich das Zettel und danke für die Ausführung zum Licht. Manfred Faust, sei man, dass ich mir nicht wirklich ausgeregt. Dankeschön. Christian Koradio, ein Vertreter aus der Schweiz. Christian ist 63 Jahre alt, selbstständiger Steinmetz und Bildhauer vom Beruf. Der war schon öfter da. Entweder gewinnt er einen Preis und wenn wir es verhindern wollen, dann war er in die Jury. Und das nächste Jahr macht er wieder mit, ist er wieder als Preisträger da. Was soll man machen? Er sagt über sich, Fotografie, das ist für mich die Arbeit in der Fläche und ein guter Ausgleich zum dreidimensionalen Denken im Steinmetz-Handwerk. Grafische Elemente bestimmen viele deiner Bilder. Inwieweit beeinflusst er nicht die Tätigkeit als Bildhauer? Die Arbeit ist Fotograf und haben es Künstler, vielleicht einfacher als Autodidakten, die Fotografie mit all ihren Herausforderungen zu beherrschen? Also als Bildhauer entwerfe ich irgendetwas, danach wird ein Modell hergestellt und dann wird das Ganze in den Steinwiesen gehauen. Als Fotograf mache ich ein gutes Fotos, mache es am Computer bearbeiten und dann habe ich ein Topfotos für ein Fotowettbewerb. Die beiden verbinden die Einfachheit und Gestalterisches, die grafischen Elemente müssen immer und die Einfachheit ist so wenig wie möglich, dass sie drauf sind, vor allem auf der Fotografie. Und zur Frage, was... Wie ist vielleicht... Schauen wir nochmal nach. Also die Frage war die, hat es der Künstler einfacher als der Autodidak, die Fotografie mit all ihren Herausforderungen zu beherrschen? Also ich würde da sagen, dass es unentschieden ist, dass der Künstler einen keinen großen Vorteil hat, weil es gibt so gute Autodidakten, die sind zum Teil auf gleicher Ebene wie der Künstler. Eine Aussage, die man jetzt mit weniger Truff ist mehr. Ja, genau. Das ist immer so. Vielen herzlichen Dank. Christian Konadier ist Vertreter der Sotokonstruktion der Schweiz. Herzlichen Dank, meine Herren. Bitte nehmen Sie den Platz für einen gewissen Sieben Abend. Dankeschön. Kaum ein Thema, meine Damen und Herren, ist so fotogen wie das Lebenselement Wasser. Ob süß oder salzig, ob Bergsee, Wildbach, die Gestade des Ozeans, Wasser hat die Künstler und auch die Fotografen stets zu Höhenflügen verführt. Nichts, nicht anders, da geht es jenen Fotografen, deren Werke sich jetzt erleben. Wein und frei für Wasserwerke. Untertitelung des ZDF, 2020